Im Journal wird leider nicht schlecht die Novellen von dieser Straße sein, denn mitten in der PS4-2 als der Motorradfahrer im Akzidenttisch der Ezebuehr an der Stafelter deutlich blassiert ging. Zwei Autos waren an dem Unglück verwickelt, was nicht geschieht, das muss aber noch geklärt gehen. Der dritte jurale Motorrad-Schauffeur aus Schiedefalz mit den zwei Wehen zusammengestoßen und auch auf dem Unglücksplatz gestorben.